Herzliches Willkommen heute hier von der Great Ocean Road. Robin, der ist hier gerade am... irgendeinem Lookout. Ich weiß nicht, wie er heißt. Irgendwas mit Fluss. River Lookout. Hier sind sehr hohe Wellen. Ich trau mich irgendwie nicht so weit davor, weil die wirklich echt ja auch sind. Und ich voll Angst hab, dass ich da auch mitgenommen werde. Hier nochmal ein Umschwenk in die umliegenden Regionen. Natürlich hier unsere asiatischen Freunde. Ja, da hatten wir uns ein bisschen gesehen, aber es war ja noch nicht so das, was wir erwartet haben. Ja, mal gucken, ob die nächste Welle mehr bringt. Im Hintergrund sieht man schon die riesigen Wellen. Ja, war jetzt auch nicht so doll, aber mal gucken. Vielleicht bringt die nächste Welle mehr. Da kommt sie schon. Und dann hat sie schon angeschwommen, die Welle. Aber... Ja, sieht das mal groß aus. Von hier aus so. Aber... Ja, doch. Ja. Robin ist nass geworden. Bisschen. Ah, da hatte der Robin jetzt seinen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.